Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Ja, ich hab jetzt Sommer, äh, ich hab jetzt Sommer, ja, Oster Ferien. Und dadurch, das heißt dann, dass ich jetzt, äh, mehr Videos draus machen könnte, aber ich hab keine Lust. Deswegen wird, äh, dann weiterhin das so kommen jetzt auch. Und jetzt spiel ich erstmal. Ich hab schon heute gespielt, ja, ich hab's vergessen. Ähm, ja. Ähm, ja. Äh. ICH TOTHE! ICH TOTHE! Aber die wir sind, also gut, dass ich mal einfach gehintren muss, oder? Ähm, ja. Ähm, ja. Ja! Ja, ich weiß es nicht. Ich glaub, dass es da nicht so geht. Äh, die doch irgendwie ausfallen. das Bild der Bedeutung Prozent für was man hat sich auf Wachstum Neuer Wachstum er solltet hat gar nicht mehr zu können der Stiftung der Stiftung der Teil Oh mein Eisbanger kann nicht gehen in Feuerwehrmiss, nein. Das ist so schlecht. Oh ja, Blinken. Mir ist ja etwas so schön. Das ist nicht so schön, das war's. Und... Das war's für mich. Okay. Five! Six! Five! 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 Two! Three! Four! 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 One! Four! Four! Ich hoffe, ihr habt euch heute wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.